Hallo Freunde, es gibt doch nichts merkwürdigeres als das Leben. Man wird zu irgendeinem Zeitpunkt in die Welt geboren, an einen Ort, den man sich nicht aussuchen kann. Dort passt man sich dann an die Bedingungen an, lebt einige Jahrzehnte und verabschiedet sich dann wieder von dieser Welt. Danach wird sich keiner mehr an uns erinnern und es scheint, als wären wir nie da gewesen. Dieser Vorgang betrifft jedes Lebewesen und in diesem Video geht es um die letzten rührenden Momente einer Schimpansendame namens Mama. Mama ist der Name einer 59-jährigen Schimpansendame eines niederländischen Zoos. Sie wusste, ihre Zeit ist gekommen und hatte es sehr schnell akzeptiert. Jan van Hof, ein Professor für Biologie, der viel mit Schimpansen arbeitete, kannte Mama seit unglaublichen 44 Jahren. In dieser langen Zeit hatten sich die beiden ins Herz geschlossen. Der Abschied fiel daher sehr schwer. Van Hof besuchte die alte Schimpansendame am besagten Schicksalstag. Jeder wusste, dass es bald vorbei war. Er wollte sich bei ihr verabschieden, nach einer so unfassbar langen Zeit. Zuerst erkannte sie ihn nicht, in ihrem Alter völlig normal. Doch dann merkte sie, dass er es war und ein letztes Mal durchfuhr Leben ihren alten Körper. Kurz nach dem Besuch von Van Hof starb Mama. Sie konnte ihrem besten Freund noch Lebewohl sagen und sich dann von dieser Welt verabschieden. Die vielen Jahre hatte sie in Gefangenschaft verbracht. Doch es wurde sich immer gut um sie gekümmert. Sie half den Menschen, ihre Spezies besser zu verstehen. Schimpansen sind uns Menschen sehr ähnlich. Ihre Gefühle können wir gut nachvollziehen und sie verhalten sich in vielen Dingen genau wie wir. Die Geschichte von Mama ist sehr traurig. Doch sterben gehört leider zum Leben. Der Tod ist rätselhaft. Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt noch weitere Videos von mir anschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Vergesst nicht zu abonnieren und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, einfach die Glocke aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! .